Kyria, Kyria, Eleison, Kyria, Kyria, Eleison. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Lieber Vater im Himmel, Sonntag für Sonntag feiern Lektoren und Prädikanten in Gemeinden Gottesdienst. Sie nehmen ihre Mappe mit den sorgfältigen Vorbereitungen und stellen sich in der Kirche vorne hin. Alle gucken, aber sie stehen fest und stellen sich in deinen Dienst. Danke, Herr, für diese besonderen Menschen. Sie sind ein Schatz für unsere Landeskirche. Gott, wir bitten dich, lass sie spüren, dass du sie beauftragst und dass du sie durch den Gottesdienst trägst. Lass sie die Anerkennung der Gemeinde vor Ort erfahren. Und, Herr, ruf immer wieder neue Menschen in die Ausbildung und in den Dienst. Dir zur Ehre und uns zur Stärkung. Amen. Dona, nobis, passem in terra. Dona, nobis, passem domine. Dona, nobis, passem in terra. Dona, nobis, passem in terra. Dona, nobis, passem in terra. Dona, nobis, passem Meldio. Untertitelung des ZDF, 2020